Wie ihr euch sicher denken könnt, drucke ich sehr viel und deswegen habe ich hier im Studio auch jede Menge Filament rumliegen von allen möglichen Herstellern in allen möglichen Farben und natürlich auch in allen verschiedenen Materialtypen. Und da den Überblick zu behalten, also das hier ist zum Beispiel mal nur die Spitze vom Eisberg hier im Studio, wo die liegen, wie viel ich davon noch habe, ist natürlich ziemlich schwierig und wenn es euch genauso geht, dann habe ich eine Lösung dafür, nämlich Spoolman. Dieses Tool schauen wir uns in diesem Video mal an und damit herzlich Willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und ja, ich war richtig erleichtert, als ich dieses Tool gesehen habe. Es ist nämlich ein Filamentmanager sozusagen. Was bedeutet das denn? Nun, ihr habt wie jetzt ich hier zum Beispiel mal so einen Bulk an Filamenten und da ist jetzt mal hier keine Ahnung noch vielleicht 20 Gramm drauf, hier sind nochmal so irgendwas um die 100 Gramm drauf, da sind vielleicht nochmal 200-300 Gramm drauf. Jede Spule hat eigene Eigenschaften, jede Farbe hat andere Eigenschaften und es gibt natürlich unterschiedliche Hersteller und da den Überblick zu behalten, ist ein bisschen schwer. Und da kommt genau Spoolman an Spiel, die bieten nämlich auf dem Raspberry Pi eine Web-Oberfläche als Service sozusagen, wo ihr all eure Materialien mit Farbe, Hersteller, Gewicht, Spulengewicht etc. alles eintragen könnt, auch mit dem Ort, wo ihr das gerade habt. Und dann könnt ihr diese Materialien erstmal da über die Web-Oberfläche verwalten. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns gleich mal Schritt für Schritt an. Das Ganze kann man nämlich noch an die Drucker anbinden, nicht an alle, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, was braucht man denn überhaupt, um so einen Spoolman einzurechten. Das Erste, ich habe es eben schon erwähnt, ist ein Raspberry Pi. Ich habe jetzt bei mir einen Raspberry Pi 4 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Da laufen einfach meine ganz stinknormalen Services drauf, also Pi-Hole und jetzt auch Spoolman. Und da habe ich dann entsprechend die ganzen Materialien erstmal angefangen einzupflegen. Das Ganze ist recht simpel eingerichtet auf der Webseite. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr ein Skript. Das müsst ihr einfach nur entsprechend auf euren Raspberry Pi in der Konsole einfügen, wenn ihr euch über SSH connectet. Und dann könnt ihr das Ganze vollautomatisiert installieren. Der Service muss dann natürlich auch entsprechend gestartet werden. Und wenn das Ganze dann läuft, erreicht ihr das von der IP-Adresse des Pi mit der Portnummer 7912. Das heißt also jetzt zum Beispiel bei mir ist das jetzt die Punkt, 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 Punkt 36 Doppelpunkt 7912. Und dort sieht man dann natürlich schon mal gleich das schöne Webinterface. Das könnt ihr umstellen auf Deutsch, das könnt ihr einstellen auf Euro, US-Dollar, was weiß ich. Und natürlich aber auch auf hell und dunkel. Ich habe bei mir jetzt das dunkle Interface, wie ich so ziemlich alles an Interfaces, was ich so habe, eingestellt habe. Und da kann man dann erst mal nicht viel sehen. Denn wir haben momentan noch gar nichts eingerichtet. Das müssen wir erst mal noch machen. Ist logisch, ja. Ich habe als erstes mal gesagt, okay, ich pflege alle Hersteller ein, die ich erst mal so an Filament Herstellern habe. Also Elego, 3D Fuel, KVP, Novo Fill, Prima Select. Hast du nicht gesehen? Habe ich erst mal so weit alle eingepflegt, soweit ich mich daran erinnern konnte. Und ich werde auch jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen Stück für Stück die einzelnen Hersteller soweit einpflegen und die einzelnen Materialien. Und als ich soweit die meisten Hersteller schon mal eingepflegt habe, habe ich angefangen, die Spulen, die um mich herum gelegen haben oder auf den Druckern zum Beispiel mal waren, einfach mal die Materialien einzupflegen. Das heißt also, die einzelnen Filamente. Wie jetzt zum Beispiel mal hier so ein 3D Fuel Workday ABS in Fluorescent Red, sagen wir es mal. Oder aber auch hier Novo Fill ABS-X oder PCTG in Silber. Oder aber auch ein Elogo PLA in Schwarz. Vor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne noch mal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiter-Platinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal C&C-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir ein Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut gelegt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten noch mal ein, 10 Dollar auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Und die habe ich erstmal alle angelegt, habe gesagt, okay, so viel wiegt die Spule. Dafür kann ich euch nur empfehlen, besorgt euch eine Küchenwaage, legt die leere Spule drauf, wenn ihr eine habt und messt dann mal, wie viel Gramm so eine Spule wiegt. So eine Plastikspule wie die hier oder auch hier die von Novofill, die wiegen irgendwas knapp um die 250 Gramm. Und wenn ihr jetzt keine leere Spule habt, sondern nur eine volle, wie jetzt zum 3D-Fuel wirkt die ABS. Daweil ist das ein Kilo. Dann lege ich die Spule drauf, messe an und dann sehe ich auch entsprechende Differenz. Das waren jetzt hier 1250 Gramm und dann wusste ich genau, aha, die Spule wiegt 250 Gramm. Das ist natürlich auch interessant für später. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Denn wenn ihr anfangt, dann die einzelnen Filamente anzulegen und dann die Spulen auf diese Filamente drauf einzurichten, das heißt, ihr habt nicht nur die Filamente, ja, weil das ist einmal das PCTG von Novofill zum Beispiel mal, was ihr als Filamenttyp anlegt und dann könnt ihr sagen, okay, ich habe das PCTG, da habe ich drei Spulen von, ja, die eine ist schon halb angebrochen und die anderen beiden sind noch komplett frisch verpackt in der Vakuumverpackung. Dann könnt ihr das anlegen und dann könnt ihr auch zum Beispiel mal hingehen und sagen, okay, das gemessene Gewicht von dieser Spule ist jetzt zum Beispiel mal 800 Gramm und wenn ihr die Spulengewichte eingepflegt habt, zieht Spulman automatisch dieses Gewicht ab und dann wisst ihr automatisch, wie viel ihr auch noch auf der Rolle habt. Das ist mega interessant und mega spannend, dass man das auf jeden Fall schon mal einpflegen kann. Das erleichtert einem natürlich auf jeden Fall die Arbeit und den Überblick. Der eine oder andere von euch wird jetzt kommen und sagen, ey Maggie, pass mal auf, ich nehme jetzt hier mal das Elegoo PLA in schwarz. Ich habe davon ein 10er Pack bestellt. Davon sind drei Stück auf den Druckern drauf, vier Stück liegen noch hinten verpackt im Regal und ein paar andere sind auf der MMU oder auf der AMS oder auf der Palette. Woher weiß ich denn, welche Spule jetzt was ist? Ganz einfach. Spulman bietet euch an, dass ihr euch so ein Blatt Papier hier ausdrücken könnt, wo ihr all eure Spulen dann mit einem QR-Code und allem drum und dran drauf habt. Da seht ihr dann erstmal den Herstellernamen, das Material an sich, dann die ID und natürlich auch Werte wie zum Beispiel mal die Extruder oder Betttemperatur und nochmal ein QR-Code, damit ihr das Ganze auch einscannen könnt. Und damit könnt ihr quasi schon überall die ID sehen, okay, das hier ist zum Beispiel mal die ID 1, dann kann ich im Materialverwaltungssystem gucken und sehe, ah, okay, da ist jetzt nur noch, bei dem jetzt ja gar nichts mehr, aber hier zum Beispiel mal, keine Ahnung, nochmal 200 Gramm drauf. Ja, und dann wisst ihr genau, okay, das reicht noch aus für das Projekt oder nicht. Das finde ich super genial. Ich habe das Ganze jetzt auf einem normalen Blatt Papier ausgedruckt. Ich habe mir das jetzt gespart, das Ganze auf einem Etikettendruck oder so auszudrucken, weil die Etiketten sind natürlich schweineteuer. Wenn ihr so ein, naja, DIN A4 Etikettenpapier habt, was selbstklebend ist, das ist natürlich auch teuer. Da ist die Frage, lohnt sich das Ganze? Je nachdem, welches Material ihr verwendet. Wenn ihr das schnell durchhaut, ist das natürlich unlogisch, dass ihr das macht. Aber wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt da, keine Ahnung, so ein Material, was ihr einmal im Quartal rausnehmt, dann ist das vielleicht durchaus sinnvoll, dass ihr sagt, okay, ich packe mal so ein Etikett, so ein selbstklebendes drauf, damit das halt auch wirklich fest drauf ist und damit ihr da keine Probleme habt. Finde ich eine coole Idee. Werde ich jetzt auch auf alle meine Spulen packen, damit ich jederzeit weiß, wo welches Material ist und ich werde mir auch überlegen, wie ich unten und hier oben im Studio, hinterm Schreibtisch und überall die ganzen Filamente und auch die ganzen Lagerpläcks irgendwie beschrifte, damit ich weiß, okay, Lagerplatz 1A ist dann entsprechend das E-Logo Piala in schwarz oder das Prima Select ASA in dunkelblau. Das werde ich jetzt nochmal machen und finde ich eine super Lösung. Und wenn ihr jetzt kommt und sagt so, ja, Maggie, ist ja alles gut und schön, aber ich mag mir natürlich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas gedruckt habe, einen Wolf tippen und dann eingeben, wie viel ich noch auf der Spule drauf habe und das Ganze im Blick behalten. Ich mag das Ganze eher so als Fire and Forget. Geht natürlich auch. Ihr könnt das Ganze noch jetzt auf Klipper, habe ich es zum Beispiel mal auf dem K1C oder K1, da bin ich auch auf die Idee gekommen, das Ganze mal einzurichten, weil ich natürlich in dem Helper-Skript irgendwo einen Querverweis auf Spoolman gesehen habe und da habe ich gedacht, okay, das probiere ich einfach mal aus. Und da bin ich auf die Idee gekommen, zu gucken, wie kann ich das so einrichten. Beim Klipper geht das ganz einfach. Ihr müsst einfach nur in der Moonraker-Config oder in der eigenen Konfigurationsdatei, wie ich es jetzt gemacht habe, erstmal die IP-Adresse von eurem Spoolman-Server eingeben, von eurem Spoolman-Service. Natürlich mit der Portnummer, die dürft ihr nicht vergessen. Und da auch ein kleiner Disclaimer. Achtet drauf, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, dass das Spoolman-Server und der Drucker auch im gleichen Netzwerk sind. Und wenn ihr dann zum Beispiel mal ein WLAN-Netzwerk und ein kabelgebundenes Netzwerk habt und die IP-Adressenbereiche unterschiedlich sind, kann auch bei zwei kabelgebundenen Netzwerken so sein, dann kann es sein, dass Moonraker euch einen Fehler auswirft, weil er dann den Spoolman-Server nicht findet. Und dann kann das Ganze auch nicht funktionieren, dass er euch erstens die Filamente in der Oberfläche anzeigt und zum anderen auch, dass er dann sagt, ey, ich habe so viel gedruckt, zieh mal bitte von dem Material ab. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist super interessant, gerade für so Faultiere wie mich, dass ich dann sage, okay, ich werde in der Web-Oberfläche, wenn das richtig eingerichtet ist, dann entsprechend das Material aus. Jetzt zum Beispiel auf dem K1C, gerade weil ich die Tade für den Voron 2.4-300 drucke, ist da zum Beispiel mal das KVP ABS im Metallic Grau. Und das habe ich natürlich ausgemessen. Ich wusste, wie viel die Spule wiegt und ich wusste, wie viel noch auf der Spule drauf ist insgesamt. Ich habe das alles eingetragen und siehe da, beim nächsten Druck habe ich einfach gesagt, hm, das Filament wähle ich jetzt aus. Und dann habe ich auch automatisch über die Clipper-Oberfläche die Aktualisierung alle fünf Sekunden, wie viel Material noch auf der Rolle drauf ist, wie viel abgezogen worden ist, wie viel gedruckt worden ist. Natürlich auch ungefähr in der Meterangabe. Und das ist natürlich schon ziemlich cool und ziemlich sinnvoll. Und dann braucht ihr euch auch keine Gedanken zu machen, nach jedem Druck das manuell einzugeben oder irgendwann vergesst ihr es. Ihr braucht einfach nur daran zu denken, wenn ihr eine neue Rolle drauf packt, dass die Rolle in Spuleman eingepflegt ist und dass ihr die auch dann im Druck, also in der Oberfläche von Main-Sale dann entsprechend aushält oder im Fluid, dass ihr die Rolle auswählt. Natürlich weiß ich auch, dass der ein oder andere von euch da draußen jetzt zum Beispiel mal keinen Clipper hat und ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, funktioniert denn das mit jedem Drucker? Nein, nicht unbedingt. Octoprint wird noch unterstützt. Dafür gibt es ein Plugin, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das teste ich gerade aus. Das habe ich jetzt zum Video noch nicht installiert und getestet bekommen. Das werde ich also noch die nächsten Tage nachholen und euch dann ein Short-Video präsentieren. Für Bambo-Drucker kenne ich sowas allerdings nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass bei Bambo-Druckern das Ganze funktioniert. Die sind dann momentan leider außen vor. Aber vielleicht wird der Bambo was Eigenes bauen oder vielleicht irgendwas Eigenes kopieren. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Oder vielleicht noch was ganz komplett Eigenes erfinden, dass ihr das darüber managen könnt. Finde ich ein bisschen schade, dass das noch nicht integriert ist. Aber ja, so ist es halt momentan. Bei Octoprint muss ich sagen, das sieht schon ganz cool aus. Es gibt natürlich auch ein Spool-Manager-Plugin für Octoprint selbst. Das ist dann sozusagen Spool-Man, aber halt nur für Octoprint. Und jemand hat sich dann dankenswerterweise dem Ganzen angenommen und gesagt, ich baue das jetzt um, dass es quasi in Spool-Man integriert ist. Ob das Ganze so gut funktioniert, weiß ich noch nicht. Auf der Dokumentationsseite oder auf der Projektseite von Spool-Man steht, dass das Ganze noch in Entwicklung ist. Deswegen finde ich, ist es noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wir wissen alle, mit der Zeit kommt das und mit der Zeit wird das auch ordentlich und stabil entwickelt. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich auch einen großes Dankeschön an meinen Sponsor PCBWay und an meine Patreon und Supporter auf YouTube, die mich immer mehr unterstützen. Und von daher vielen lieben Dank. In diesem Sinne, Hottelzelein, Happy Printing und Ciao! Bis zum nächsten Mal!